Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Grandia 2, die Anniversary Edition. Ja, in der letzten Folge sind wir hier bei Lechu Cave, bei den Caverns, oder Caverns, angekommen. Und jetzt müssen wir diese fette Spinne da verfolgen. Und hier können wir das Seel of Grandas angucken. Und wir müssen die fette Spinne da verfolgen. Die ist irgendwo da hinten. Gibt's hier was? Oh, hier eine Kiste. Was? Smelling Salt, Burning Bow, Flaredress. Kann sie klar alles tragen. So. Naja. Mehr Abwehr. Was nehmen wir? Nee, 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 nee. Gut. Ach halt. Meine Nenni hat aber wenig. Dann machen wir hier den Crush. Er hat aber wenig. Er hat aber wenig HP, oder? Er hat sich so viel wie die Lena, ja. So, Skilled Interviews Dash. Ähm. So, wir haben noch Magie. Moment. Äh, nein, 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 da. Äh, äh, Crackle. Hm. Hm. Mensch. Boah, wir müssen hier noch leveln. Oh, toll. Egal. Whatever. So. Forward. The Temple Ruins. Und da ist das fette Spinnenfieh. Genau da ist es. Unless Malthus has put on some weight. This isn't him. This beast's the source of the village troubles. Caution. It smells Argus danger. You look delicious, you little ones. I shall strip your bones of your fine flesh, yes. So tender. So suck. Was sucks Lent. Come, let me taste you. And the wings of Valmor shall make a fine mane curse, yes. Scheiße. That voice is familiar. Ah, Gerdan. Gerdan, let me guess. New haircut? Oh, Gerdan. Ha, 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 ha. So the tongue of Valmor wants a taste of me. Here's something to cheer, to cheer on. Okay, das war der Gerdan, der Dicke. Ich hab den anders gesprochen. Egal. Es sieht anders aus. Sehen wir doch anders gesprochen. So, wir machen erst mal hier. Oh Gott, ist das viel schnell. Oh Gott, ist das viel schnell. Das hat im normalen Modus nicht viel. Oh, vor und wenigstens raushauen. Dort ein bisschen, aber. Das schaffen wir. Bam. Bam. Jawohl. Oh. Das wird nichts scheiße. Let's view winning. Autsch. Autsch. Ey. Alter, übertreibs nicht. Übertreibs nicht, du Vieh. Schnell, Millennia. Okay. Narek ist dran. Ähm. Healing, Hörb. Ach so, das heilt alle. Ähm. 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 2,50. Halt. Das da. Ja. Können wir machen. So. Four and Wings. Los, Millennia. Hau deine Power raus. Das ist mein Weg, ich dir bedanken. Bäm. Alle mal heilen. Autsch. Nein, Ryudo ist vergiftet. Äh, Fries ist eigentlich nur. Macht Move langsamer. Da wollen sie eh kaum bewegen. Ja. Oh mein Gott. Alter, der Kampf kann lange dauern. Wow. Mensch. I'll tear you to pieces. Oh, ey. Das war nicht so besonders. Komm, wir verbrennen es. Autsch. Oh, Ryudo. Vergift weg. Schnell, es macht grad nix. Warte, mach mal Quake. Autsch. Oh. Here you go. So. Mach mal Quake. Ob wir verbrennen oder mit Erde machen. Wow. Feuer ist sehr gut. Ich guck mal. Ah. Erde auch, he. Bäm. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Yes. Oh ja. Oh ja. Hey, das ist gleich kaputt. Der da vorne. Der da. Der Attack machen will. Bäm. Jetzt stirbst du. Du Hunt. Los, Marek. Ähm. Machen wir mal Holy Ashes. Holy. Holy Asche. Heilige Asche. Machen wir mal. Here you go. War nicht schlecht. Schnell. Ah, schon mal dieser Scheiß. Hopps auf und nehmen. Ach, Mann. Das macht doch nicht viel Schaden, aber das... Schraubt einer muss so weit weg. Also, es rupt einer muss so weg. Bäm. Oh, das gleiche war's kaputt. Nochmal Quake. Komm, egal was der jetzt macht. Ach so, dieses Flame-Ding. Trifft die, wo sie schwer. Au. Schnell. Deine Steam ist schnell. Schnell. Deine Steam ist schnell. Duck in cover. Duck in cover. Ist was kaputt? Ist was kaputt gegangen? Ja, der nächste Arm. Das ist nur noch der Kopf. Los, wir köpfen ihn. Äh, nee. Nicht, wir köpfen ihn. Machen jetzt... Machen ihn jetzt immer den Kopf... Kopf kleiner. Schnell, Marika, schneller. Bäm. So, das ist nur noch das Ding. So. Da will jemand aufsaugen. Schnell, schau... Scheiße. Oh nein. Noch mit eingesaugt. Uyudo. Nee, Rowan. Bäm. Los. Den kriegen wir jetzt noch platt. Was wichtig ist denn die March? Ach so, jetzt brauche ich. Los, Millenia. Tritt ihn ordentlich auf. Na, Kopf. Hat der keinen Kopf mehr. Crash. Tritt ihn auf die Zunge. Die Animation ist geil. Wisst ihr warum? Darum. Jetzt. Bet, ihr möchtet das, ihr Pig. Bäm. Bäm. Und noch die Schuhe sauber. Und er hat alles weniger. Angriff, Abwehr, Aktion und Technik. So, wie immer das heißt. So. Sky kann den nicht hochschleppen. Denke ich mal. Tensei kann Slash. Nein, ich brech das ab. Oh, gleich kaputt. Marek, du machst den letzten Schlag mit Beast King Smash. Beast King Smash. Bäm. Bäm. Hurra. Ich glaube, hätten wir den mit Level 16 und 15 gemacht und wir haben eine Errungenschaft. Face the Freeze. Hätte ich den mit 16 und 14 gemacht, dann glaube ich, hätten wir den nicht gepackt. Weil der war ziemlich stark im Gegensatz zum normalen Mode. Ancient Kuras, Revival Gem und Book of Wizards. Ein Haufen Special Coins. Jawohl. Hier, erquiet das Skill Book. Jo, das wissen wir schon. He appears to be a bit tongue-tired. Oh, ist das too tongue-in-cheek? Okay. Ja, genau. Das ist der Gartan. Ah, finally we got one. I feel full of power. Hm, feels so good. Miss Millennia, what just happened? W-what exactly did you just do? That's a secret. See you later, Ryudo. Hey, Millennia. Er hat die Seele geraubt. Von dem Typ. Denk ich mal. I-I can't believe Miss Millennia is really Wilmer. The smell is gone. So it was not Malthus. Ryudo? Honey, Ryudo, where am I? Oh, it happened again. Dann weiss die auch nix mehr. Wow, die Musik ist auch noch da. Ryudo, just what happened to him? You remember anything after being swallowed by the tongue of Valmor? Nix mehr, huh? No. Well, Millennia appeared again. And according to her, Gadan was possessed by the tongue of Valmor. I won't comment on that, but apparently this was the source of the town's troubles. Our holy book contains a passage that speaks of this first Valmor possessed one soul and then the worsted. Oh, so should I tell you that it's still a followum. Maybe this is what happened to Gadan. The poor man, Valmor took advantage of the weakness of his soul. After we beat Gadan, the tongue of Valmor, Millennia did something to him. This is the result. Each piece of Valmor can feed off of another to increase their own power. How revolting. This must have had his soul devoured. Oh, seine Seele ist zerstört. I can't believe she'd do such a thing. Ich glaube, seine Seele ist kaputt. Me too. Didn't we manage to fix Town's problems? Only thanks to Miss Millennia? I can't believe it either. I think it's just a... Was? Coinkind... Was? Coincidence. Coincidence? Keine Ahnung. Millennia in the tongue of Valmor. Oh, the tongue of Valmor's think of ruin. As does Malthus. Are you saying that Malthus is possessed? I know not. No matter. He's dangerous. Possessed or otherwise. But I will have my vengeance. Marek, when I am finished with Elena, this job, let me go along with you. I know not where to begin my search. And this land is unfamiliar to me. You would not be unwelcome should you choose to be... You choose to come. Right. What about you, Elena? I am sure that the wings of Valmor are within me. Every night I can feel the darkness drawing across my soul like a shroud. The cold. I must see his hole in a Sarah soon. The townspeople seem to be all better. Okay, so we go straight to Grendis Cathedral. Ja, lassen wir den Gardan da liegen. Reisthorff, dem brauche ich kein Mensch. So, jetzt. Wir haben eigentlich alles hier. Also, wir können... Global Lightning. So, Impact Bomb. Ah, jetzt hat immer das Holy Egg mehr. Moment, da, Crackling. So, das Ei ist ausgelernt. So, noch mehr Abwehr. Ist immer gut. So, wir können jetzt Richtung... Genau, Richtung die Skyway Station. Ach, die drei. Feeling better? Yes, thanks to the sister in your party. Thank you very much. I'm so glad that we are back to normal. Normal. I just cannot thank you enough. Thank you, miss. I have something important to do, so... Ja, tschüss und auf Wiedersehen und gern geschehen und... So, measure for measure. All's well that ends well. The town's folk have been saved and all is as it should be. Mr. Gardan. Well, he took care of his body, but not his soul. Perhaps this was his error. His error. He was right, to a certain extent. What do you mean? The people of this town, their sacrifice, their well-being for promises of wealth. Gardan didn't have to do anything, really. The people decide what they wanted. A subtle trap. But still, the trap has been sprung. All has been put right. If everyone works together, happiness will return to even this broken world. Lord Gryness yet watches over us. You missed the point, Entrily, Princess. The story doesn't end here. We don't all hold hands and skip home. The world is not so black and white. The answers aren't as pet as you'd like to believe. What do you mean? You find out eventually. Come on, we've yet to cross the Kronik cliffs. Just a little further to the cathedral. Lutzala. Ja, thanks for your help. Reindar. Ah. Ah. Ha. Okay, wir können wieder sprechen. Uh, Elena, you look pretty pale. Are you okay? Don't you remember anything at all? The tongue of Weimar and Miss Millenia, just what was that all about? Miss Elena? I cannot understand it. Elena, are you well? Do you not remember fighting with the tongue? And just who is this Millenia? What was I doing while it all happened? Just what happened, Rowan? The tongue of Weimar in... Also, eh? Eh, Sleisha? What happened to me, Ryudo? Just what happened, Marek? Ah, these are all the Sleisha. What happened? Tell me, you guys! Don't you remember going to the seal or being attacked? I cannot believe that Miss Millenia is Weimar. So there was not only one evil smell. I do not remember. I felt faint, almost like I was sleeping. That monster was the tongue of Weimar. Elena, when you were attacked by the tongue, Millenia appeared again. And then she helped us kick the hell out of the tongue. Finally, Millenia did something together and he end up like that. The tongue of Weimar, one of the piece of Weimar, left after he was defeated by Grennus. Also. She destroyed the man's soul, right? How can you be so insensitive? I thought of her, she had the Seele zerstört. Elena, calm down. The cathedral is just across the Grennus. Ah, I don't know what's... I don't know what's question. Egal. Weimar is inside me. What is happening? What's happening? Oh, I can't see anything. Wow! The darkness. The darkness is coming. It's calling me. The darkness is calling me. The darkness is calling me. Oh! 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 Holy shit! Everybody hang on to something! Oh. Alter, WTF! Habt ihr gerade Ryudos Gesicht gesehen? Das ist geil bei der neuen Version. Sieht man richtig das Gesicht von den Charakteren in der echten Szene. Oh, was denn jetzt? Das hängt auch ein bisschen. Ich glaube, jetzt ist das Spiel selber gerade. Okay, jetzt beruhigst du dich wieder langsam. Du scheiße, wir fahren jetzt nur wie wir vier auf dem Boot. Auf dem Flugschiff. Wo ist denn der Pilot? Ist der weg? Oder gab's gehen? Wir haben Probleme. Was ist denn los? Walmars Moon scheint zu schien. Walmars Moon scheint zu schien. Check yourselves for injury. Hey, damn it! Where's Elena? Perhaps she had fallen earlier. Can't be! Elena! 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 Was kann ich nicht schreien? She's got to be around here somewhere. I'm picking up her scent. Komm! Ja. This way! This way! This way! Ach man, scheiße. Da ist sie gesprochen gerade. Da ist sie doch. Elena. Elena. Wake up! Okay. Er ist so. Elena. Wake up! Who, who are you? Where are we? Hmm. Where are we? Hmm. Well, I'm not quite sure. Oh, I know. See that shiny plate lying over there? Look. Over there. Please to meet you, Miss Elena. I'm Millennia. Are you okay? I... I must be dreaming. What's going on? I just thought it'd be hard to talk if we couldn't do so face to face. So, here I am. Ta-da! Candy! So, here you are Millennia. The wings of Valmar. Yeah. That's me! You filthy dark one. Devourer of souls. Stay away from me. Hey now. You don't even know me. I did save you after all. You... Saved me? That's right. You should be thanking me. We share the same body, don't we? Oh, I've got to look out for the both of us. Well, see you later. Wait. Millennia. Millennia! I will be with you always. Wherever, whenever, forever. All the time. See? So, let's just try to get along, shall we? Miss Grannis. Songstress. Ah, the music was louder loud. Hey! Miss Elena! I heard her voice. I heard her voice. Elena, are you well? Elena, fang the blade. You don't look hurt. What is it? You look like you've seen a ghost. Perhaps it was an apparition. For it was not a dream. The day of darkness draws near. Walmoth's moon swells with wrath. The dark one gathers. Strange yet again. The time of Walmoth's awakening is at hand. Hey, hey. It's okay, Elena. Elena! Elena! Forgive me. I'm alright, Ryudo. I had... I have just had a strange experience. At least we avoid taking a dive into the granite cliffs. I wonder how far, of course, we were blown to come to this strange place. Looks like we are blown along the granite cliffs toward the north. Looks like we are walking from here. We'll head for the Sondheim Mountains. Pretty damn hard to miss. Yes, and then the cathedral. Yes, we must hurry. Okay. Ähm... Ich bräuchte mal einen... Beweichelpunkt... Hallo? Ey, 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 hier hängt es aber ganz schön. Nicht gut. Hallo? Oh. Wir sind auf der anderen Seite. Blumige Flower. Oh, das hängt. So was von. Aber das... Aber es tut jetzt nicht die Musik lecken. Also nur... Äh... So das Bild. Okay, Speicherpunkt. Hallo? Alles gilt? Mal geht's, mal geht's nicht. Tulumio Forest. Ah, da ist ein Speicherpunkt. Däh. Na. Nicht zweimal, dreimal Speichern. So, Leute. Okay, dann machen wir hier erstmal einen Cut. Wir haben schon totale Überlänge. Ah, verdammt. Okay, Leute, dann... Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.